Willkommen zurück in der Dschungel-Ruine. Oh nein, ich bin runter gefahren. Lost. Es war jetzt ein bisschen Fail. Wobei nicht nur ein bisschen, es war richtig Fail. Was ist denn jetzt eigentlich dieses goldene Gelee? 100% HP. Okay, das ist was ist denn das? Ich mache jetzt einen schönen großen Kampf da. Na ja, Fail, dass man da runterfallen kann. Ja und Wüdel hat Schiss vor dem Kampf gehört? Ah, komm schon. Ich habe ihn mit dem Kampf. Ah, komm schon. War ihn wirklich ganz am Ende, aber er hat er. Ah, die Aufladezeiten sind schon ordentlich gering von den Fähigkeiten. Oh Gott, Alfen, was machst du? Wir sind in gut Form. Ich kann nicht sagen, dass die Auflade anziehen ist persönlich. für meine Zähne persönlich. Oh Gott, du darfst auch mal wieder was kaputt kloppen. Das ist jetzt aber was für Rumble, oder? Rumble, Rumble? Rumble. Wie viel weiter? Ich glaube nicht, dass wir noch halbwegs da sind. Häng in da. Ja, ich würde sagen, dass wir die Flaster. So, alles stoppen. Nächstes Malz. Wie viel rein? Hos. Ja, ich wäre schon mal. Hammer. Jetzt ist es jetzt mal wieder. Rumble. 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 Los geht. Ja, hallo, geht mal wieder ab. Ja, wo ist nicht wieder deine Fähne? Jetzt kannst du... Ja, wobei, das hat sich auch nicht mehr gelohnt. Ah, Fertigkeitsprünge wären jetzt wieder genug da, glaube ich. Der Sprung in der Luft war ja nicht. Nee, reicht nicht. Hört's aber. Ab da hin. Komm schon, schneller klettern. Muss weitergehen. Oh je. Ein Rastpunkt, dann kommt hier jetzt wieder ein größerer Kampf. Ja, anfassen. So, was sind eigentlich meine Fähigkeiten für Dinger? Ja. Okay. Ja, da muss ich jetzt Tatsache mal schauen, was ich mache. Aber ich habe, glaube ich, keine guten Metz bekommen. Vor Sachen. Ja, das wäre jetzt geil, wenn ich da upgraden könnte. Aber das kann ich halt einfach nicht. Nehmen wir einfach die Metz führen. Nehmen wir einfach die Metz führen. Nehmen wir einfach die Metz führen. Blende Granatenschild. Kann er nicht ausrüsten. Wait, what? Ich habe doch gerade ein Blende Granatenschild gebaut. Ach so, ich habe ihn nicht gebaut. Hey. Ja, schaut schick aus. Wobei, die normale Version schaut fast besser aus, finde ich. Oh, ist erwischt. So, jetzt das interessante Zubehör. Lähmung an und nehmen. Feuer-Wasserschaden-Runde. Angriff. Irgendwas mit Elementarschaden vielleicht. Heute habe ich viel von dem Zeug. Erdschaden. Gut. Das ist ein ordentlicher Live-Boost. Längere 15% Elementar-Verteidigung. Ach so, das ist nur zur Aufwertung. Dann kann ich da irgendeinen Schrott reinhauen. Dann schmeiße ich da irgendwas dummes rein. Das ist ja immer richtig dumm. Ne, dann muss ich mir was neues bauen. Elementar-Angriff plus 15%. Jetzt brauche ich irgendwas mit. Grünweil macht am meisten Wasserschaden. Was ist denn draufhauen? Macht es leicht, Gegner mit Artis niederzustrecken. Das wäre doch eher was für Doha-Lieben, oder? Ja. Okay, warte. Nicht fertigen, ähm, aufwerten. Ich muss halt jetzt aufpassen, dass ich mich das falsch hinnehme. Ja, Primo, das habe ich ja gemacht. Dann gebe ich das direkt Doha-Lieben. Sorry, dass das gerade ein Aufwertungs-Ding wird, aber... Irgendwann muss ich das leider machen. Was gesamter Elementar-Schaden minus 20% wird? Jetzt. Ja. Erd-Schaden, Elementar-Angriff. Ja, kann man lassen. Und das ist der Drill-N-Rail. Ein ganz normales Zauber-Entlegen, ohne irgendwas? Was? Was ist das Ding? Achso, das ist erlitten in der Schadenrunde. Ja, müssen wir noch ein Zauber-Emblem bauen. Das ist ein Gescheites. Irgendwas mit was? Elementar-Angriff plus 20%, aber da fehlt halt noch ein zweiter Set drauf. Hm. Können ich hier die selben als von mir? Irgendwie haut mich das jetzt alles noch so um. Ah, der Elementar-Angriff. Ich glaub, den nehm ich rein. Ja. Ist zwar nicht perfekt, aber... Schlimmer was. Einen Primo lasse ich übrig. Ja. Und dann kriegt der Srimwell. Ich würde dich checken. Ja, macht der meiste Sinn. Ja. So, was hab ich denn an... Auf Alphen? Einfach nur angepft, bloß 15%? Why? Da sind wir? Es ist so, wenn du es nicht bemerkst. Ah, Zubehör... Fertigen für Alphen? Was nehme ich denn da am besten? Ich würde sicher schaden runter. Mit einem Schutzweg. Ich glaub das macht fast am meisten Sinn. Wow. Dunkelschaden und Wasserschaden? Nee. Das ist so ein Stoßring. Aber Resistenz minus 80% ist ja eine Katastrophe. WTF? Widerstandsring. Da kommt das gute Zeug rein. Elementarangriff plus 60, what? Okay, dass das erhöhte Aggression ist. Häufiger ins... Oh ne, das nicht. Definitiv nicht. Erhöhte Aggression, Feuerschaden. Ah, jetzt mal ernsthaft. Elementarangriff plus 60, what the fuck? Dann gebe ich den doch eher Ruinware, oder? Weil der Elementarschaden ist ja brutal. So, dann. Naja, ist... Moment, ist das falsch, oder? Wo ist das denn? 5,4, der hier. Naja, kommt nicht hin. Da ist der Zauberer doch bei so meinen 15%. Trotzdem interessant. Wie ist das bei dir? Nee. Ja, es macht wenig Sinn. Schade. Ich brauche halt trotzdem noch was für Alphen. Weil der hat ja wirklich nur das 15% Angriff. Nee, ich brauche was mit Angriff. Ich muss halt jetzt mal schauen, was ich da überhaupt habe, was Sinn macht. Niedrige Aggressionen-Schaden oder Schocker-Monet. Oh. Der ist der Stickerangriff. Oder der hier. Gegenangriff-Schaden ist halt schon ordentlich stark. Ich würde fast sagen, da brauche ich mir den hier. Was ist denn Kampfeslust? Okay, interessant. Ja, da ist nichts Gescheites dabei. Schade. Da muss ich noch einen Granat bauen mit... Genau. Mit dem Angriffzeug. Da muss ich... Richtige Crafting-Session hier. So, welchen bekommt er jetzt? Warum kickt denn der nicht richtig rein? Sind die Prozente wirklich viel stärker? Ich habe auch das Gefühl, dass der Flatangriff einfach gar nichts macht. Wie kann denn das sein? Der wird gar nicht mit einberechnet. Why? Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Weil der kriegt den Gegenangriff-Schaden. Ja. Ja, ich denke, das lasse ich jetzt erstmal so. Komisch. Jetzt habe ich auch noch vieles Fertiges. Ernsthaft? Kommt gar nicht mehr zum Spiel, ey! So. Jetzt... Ach, gereckt habe ich schon. Und dann drauf. Lost. Ja. Jetzt kommt wieder ein größerer Kampf. Wichtig. Wir haben Unternehmen. Das ist nicht so. Es sieht nicht aus, als ob wir uns überrascht werden können. Birdie-Boy. Schau deine Füße. Sie fallen von hier in ihren Karten. Was soll das heißen? Ich kann hier runterfallen. Wir versuchen nur zu überrascht. Geht aus unserem Weg! Schau deinen Gehirn! Wenn all das Ding siehst, ist ein kaltes Essen. Dann zeigen wir uns, wie falsch es ist. Sie versuchen, uns zu stoppen? Lass uns nicht los. A-Huracade! 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 Ganz schön ideal, das Ding. Rotatierende K-Huracade! Rotatierende K-Huracade! In einem Bind! Eine Triebungsverfolgung. Ja, Schadenszeilen sind hochgegangen. Definitiv. A-Huracade! Ich bin auf. Komm und geh! Geht jetzt mal weg von deinem Rand da. Auch wenn ich nicht denke, dass ich da runterfallen kann, ganz ehrlich. So, dein Brecher perfekt. Ja, Schaden ist auf jeden Fall besser geworden. Ich verstehe es nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Warum das so viel mehr pusht, als der Flatangriff. Als würde es nicht richtig eingerechnet werden. Oh. Oh. Nee. Ich hatte doch recht. Das wird nur falsch kalkuliert scheinbar. Weil es wird halt einfach nicht mit in die Angriffsding eingerechnet. Aber 80 Prozent Eingriffe ist mehr als 15 Prozent. Das stimmt schon. Das war's. ... ... Ich kann das ohne... 10. In an instant... Impact clock! It's really good! It's over! Time for one more! Ready slap! Hoppla! And you can see that! 4. This should do it! Move it down! Ah! Try harder! Not a chance! I can handle it! Holy linch! Not for something far enough! A banana! Let's go! Hutt! Dance in the wind! Air support! Er zeigt seinen Boden anruhen, weil... wieso kannst du das nicht ausweichen? Guck mal. Das war jetzt mein Fehler? Und jetzt mach ein Kernbrecher. What? Alter, was? Vielleicht bist du ein Kern nicht gebrochen. Willst du mich verarschen, wie das ist? Das ist ein Kern nicht gebrochen. Willst du mich verarschen, wie das ist? Wieso bin ich denn in One-Shot? Ja, jetzt ist er gebrochen, endlich. Ja, und jetzt drauf. Dann guck mal auf den Knopf. Wenn ich aus dem Knopf nicht gehe, geht's. Ja, ich bin ja mit dem Knopf. Das ist schon gut. Dann ist es Zeit, dass du unser Bestes tun hast. Der Gewicht ist immer auf der anderen Seite. ja jetzt legt nur umsonst ja jetzt legt nur umsonst wow. Ne, Lohr ist auch gleich da oben. Ja, Lohr hat sich das erste Mal richtig selbst gehalten. Wahnsinn. Wo geht's noch gefährlich? Los jetzt! Mit Fauna wie das, ich empfinde so viele Leute aus Thistle haben es hier durchgebracht. Wer sagt, es gab noch mehr von ihnen, die nicht? Na jeden Fall, es sollte ein Safer-Klimb sein, jetzt dass wir den Weg ein bisschen, richtig? Nein. So lange die Leute fühlen, dass sich das Terrain so gefährlich fühlen, würde ich sagen, dass die Sicherheit ist. Ja. Jetzt habe ich aber genug Punkte. Ja, erhöhter Schaden, meine Niederstreckung ist gut. Moment, wo ist dein Schwarz-Mage-Zeug oder dunkler Magie? Meine Ahnung. Dunkler Zauberer. Weil die Dämonen-Lanze muss ich mir auf jeden Fall holen. Schien braucht uns. Wie sind wir noch nicht da? Es fühlt sich wie wir hier eineinhalb dieser Mountain für immer. Es hilft, wenn du nicht zu schaubern oder unten wachst. All du brauchst ist silent determination. Talking zu viel will nur wachst und schütz dich und brenn dich aus. Ich bin zu schaubern, wenn ich zu schaubern. Take care you don't fall, at least. Unless you want to make a Zoodles' day, that is. Zoodles? Why would they care if I fell or not? How would you feel if a three-course meal fell right out of the sky at your feet? Uh, Law? Best not to listen to him if you can help it. You'll only be encouraging him if you do. Tell me that before I listen next time! Still, Tohulim has a point. One wrong step and it's curtains. Wouldn't it be great if we could all fly like Hoodle? I bet even the refugees who didn't make it, would have made it to Bissellum that way. Until we met each other, we spread wings. Let's just watch where we're stepping instead, okay? Come on, Xion's waiting for him. Immer diese Spellchen-Hanglose-Gebrabel. Now we can see what I can do! I will provide assistance! Let's go! Oh wow! Let's go! Let's go! Yeah, if you have to go! Let's go! Let's go! How do they all do it? You're alive! I'm my master! That's my skill. Wraith, Flask, shut up! You picked the wrong fighter! Oh, ich habe einen Stoß. Oh. Endlich mal was Neues gelernt. Oh. 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 Auch wenn ich in der Luft kämpfe und ziemlich bescheuert finde. Das war nicht so gut. Der Plan? Wir müssen gut entscheiden, wenn das der richtige Weg ist. Das war nicht so gut. Oh. 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 Oh, ich bin hier drin. Oh, da bin ich da, alles. So. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen, macht's gut, ciao.